Tach und willkommen zurück zu Pokemon Gold. Ich war eigentlich heute Planer mit Uranium, aber da durch das, äh, ja. Es hat einen Trainer gehabt, der hat mich gesehen, dann hat er, ähm, dann hat er mich angesprochen und das war genau bei mir die Treppe. Und jetzt kommt man dort nicht mehr weg und muss alles nachspielen und dann scheisse ich mich jetzt an. Also spiele ich jetzt das. Ok, Togepi ist jetzt männlich, das heisst, er kriegt einfach den Namen Om... Ja, komm, das ist so versichert. Ich nenne es immer Omlette. Wie kann ich das Ding nennen? Äh, ich bin nicht verkältet. Ich weiss, wie ich es nennen. Pass das? Ich probiere es einfach mal aus. Es passt, glaub. Ja, es passt genau! Kuchenteig! So, willkommen Kuchenteig! Kuchenteig! Kuchenteig, Togepi! Und jetzt haben wir da seit neuestem Annie, das ist jetzt Elikit. Und haben wir noch irgendetwas, was wir dann zum Git tragen können? Und... Nö! Gut, ähm, ich möchte einen gleiche Nächsten Partner holen. Und für das muss ich... äh, aus dem Bill sehen. Der Bill ist... Ja genau, in Tick City, im Pokémon Center. So, ich weiche euch jetzt alle aus, außer dir. In den Wald, mit einem Dick... Oh, natürlich genau, das Dick da. Kuchenteig, los! Sternschauer! So... Du bekommst noch keine Elektroattacke, das ist schlecht. Diggidi, da, 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 da. Nicht sterben! Du bekommst nicht sterben! Du bekommst nicht unkompetent sein! So... Schwierig! Schafft! So... Du bekommst mir eine Flinke gelaufen. Wir erkunden nachher, da geht alles. Ich möchte jetzt nur kurz nach Tick City kommen. Wir nicht. Und ich kann gerne nach Tick City kommen, ich verdammte Vollpfosten, weil... Wir sind... Ja, noch nicht im Besitz von der Geusskanne. Und natürlich hat man es den Füspur gut auch gesehen. Das Magmar Level 11. So ein Cheater. Sorry. Ich habe immer noch den Husten, verdammt. Natürlich hast du ihn jetzt auch gesehen. Ich glaube, das schaffst du allein. Donnerschlag. Ehrschlag. Ehrschlag. Sehr gut. Das machst du wirklich sehr gut. Das machst du wirklich sehr gut. So... Holterweil. Nein! Ah! Natürlich genau drin gelaufen. Und genau das Pokémon, das scheiße ist. Ähm... Alles immer scheiße. So... So... Dann werde ich jetzt mal auf das Einkaufszentrum gehen. Hallo Einkaufszentrum. Und... Einkaufen. Und zwar da oben. Äh... Das habe ich nicht wieder. Da. Ich kann mich das noch vergessen. Nächster Schlag eventuell Paralyse. Feuriger Schlag eventuell Verbrennung. So... Dann kauf hier mal. Einer Schlag. Jawohl. Ah! Der Kopfnuss. Der... Der Kopfnuss. Denn ich bin ja noch sicher gewesen, dass Elikid in der Lage ist. Jawohl! Und Feuerschlag hätte es doch auch können, soviel es mit der ist. Jawohl! Für den Rückzug. Für den Rückzug. Das ist eigentlich ein perfektes Elikid. Okay. So, dann gehen wir nochmal... Äh... Gibt man eigentlich da noch irgendetwas? Nein, der will das A haben. So, es ist leider nicht Sonntag. Gehen wir mal zum 5. Da. 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 Hab ich das Dach. So, jetzt könnte man da ein bisschen Lippes kaufen. Und ich denke, das mache ich auch. In der Tafel war es hier schon einiges billiger. Also ein super Trank. Und dann genau der gleich muss ich wirklich. Also ich kaufe jetzt einfach mal ganz ganz viel vor. Das ist ja billiger als ein Trank. So. Gut, das sollte noch lange. Äh... Wo ist meine Beta? Steht da? Sorry. Wo ist das hier? So. Uäh, Schwurbel. Schwurbel. Uäh. Ich kitt. Schwurbel. Ich kann nicht vergessen. Ich kann nicht vergessen. Züge verkaufen. Ich kann nicht vergessen. Ich kann die Stadt irgendetwas. Ich darf gerade reinkaufen oder sowas. Mach ich überhaupt noch drauf. Ah, aber... Oh, ne. Ich kann jetzt kaufen. Auf nice. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay, der Rest ist gut. Ich bin bisher kein einziger Pokémon gefunden. Ist schon ein bisschen lausig. Da, 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 da. So, Ducatia City. Da können wir noch eine Spielhalle. Nein, ich habe keinen Minz gehabt. Ich sage nichts dazu. Gut. Was haben wir gesehen? Da. Ach. Ah, da wird ja keiner verstimmt. Ein Slima. Und nochmal ein Slima. Das schaffe ich auch noch. Auch wenn ich vergiftet bin. Und ich habe gesehen, dass ich... Ja. Wo ist meine Starttaste? Da. Äh. Gegen Giftmere. Und natürlich, das wird lange. Tach. Tach. Ich habe gesagt Tach. Schloch. Schaffst du das? Ja, das kann noch ein bisschen knapp werden. Kuchenteig. Sternenschauer. Gut. Und Sternenschauer. So. Winscorp. Eh. Da. So. Wochenteig noch ein bisschen... Ähm. Wiebe gegeben. Sehr gut. Ich gebe dir mal kurz das Tafelwasser, damit du mich nicht krepierst. So. Das Magnetil ist auch kein Problem. Das Magnetil ist auch kein Problem. Das Magnetil ist auch kein Problem. Da hinten dran ist geschlossen. Flägt mal. Ebenfalls kein Problem für mich. So. True Level 14. Es geht gut voran. Das ist Ari-na-na-na-na. Tach. Tach. Da. Ach. Ja. Ach. Ach, gib mal das Fahrrad. Beutel. Da-la-la-la-la-la. Lalalalalalalala Ich hab ein Fahrrad Fahrrad So, jetzt gehen wir mal mal gucken, was wir da für Prise haben Okay Da noch ein Blizzartfeuersturm Aber Tragosse und wo ihn genau Aha Ich brauche Münze Tragosse, bitte Kann mir da keine paar Münze spendieren Nur ein Blizzart Nur ein Blizzart Du vielleicht Kommen wir wieder kurz später Nimm mal ein paar Münze rum Ja Ah Ja 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 Nein Ah Come on Ja Ja Nein Ja Come on Was ist da, Schreizwohnen, überhaupt sie? Zack, zack, zack. Spiel, spiel, spiel. Wie ist das denn jetzt? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Bisschen kann ich nicht mehr haben. Okay, zack, zack, zack. Yeah, gewinnt. Das, wenn wir irgendwie den 800 überkaufen? Das ist ein bisschen verraschend. Jetzt kommen wir den grossen Preis über. Okay, dann an Kai. Gut, irgendwann haben wir das gemacht. Gehen wir zurück auf grosse Reise. Dach. Ich hätte es heute nie, dass ich das Bodenpokémon aufhalten würde. So. Pikachu! So, die beiden habe ich schon gemacht. Käfer sammler. So. Dieser hat diesen Nid-Huran. Oh nein, er ist vom Vogeltrainer. Wer hat denn da was mit dabei gehabt? Ich bin weiß es. Der kann auch nicht gleich aber immer wieder Falck. Voll der Nachmacher, ey. Kommt, du hast nichts mehr? Vielleicht auch? Ne. Focado! Ching! Okay... Wir haben verletzt, dort ist auch mal ein Kai... Äh, wie sagt man? Ich bin zu unfähig. Flinklaue haben wir schon bekommen... Oh mein Gott, so gerne! Snowball! Ich habe doch sicher noch einen Etich, oder? Jawoll! Und Flinklaue gebe ich dir Kuchenteig. Stirb, Taubsi! Nidorah! Stirb! So, Mirabla! Volk! Schlag! Dreck, Gosher, Gosher! Ich glaube, der hat ja bitte mit den Spielen alle gespielt! Nö, wusste nicht! Du, 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 du! Bereits schon! Wer das besiegt? Oder sie? Dann gibt's fette Punkte! Boah! Hat's geschafft! Naja, aber soviel will's auch nicht gehen! Schade eigentlich drum! Stirb! Gut! Das macht mir Freude! Okay! Ich muss eigentlich schon wieder nüssen! Ah, das ist unangenehm! Moin! Moin, Kabang! So! Tipp to the top! Geschafft! Da war ja auch nicht mehr da! Will! Da gibt's noch ein, zwei, fünf Items zum Beispiel! Fahrerheiler zum Beispiel! Und der machte 20 was schauflerisch! Und da noch ein Hidden Item! Hipperheiler! So! Tag! Hebra! 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 Boah! Das Ding kam Blitz! Ich muss mich verraschen! Kedem! Hebra! Nein! Kuchhenteig! Ich hoffe, den mache ich jetzt auch noch kurz mit dem Iguila-Wald! Wartig! Und da ist schon Shaky Shaky überhaupt! So! Werden die Trainer auch alle besiegt? Pfff! 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 Ah! Die Trainer da unten haben die noch nicht besiegt! Machen wir das doch glatter mal! Und da ist noch nie, was ich auch nicht besiegt! Dach! Snowball! Dach! 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 Ist der auch schon? Der hat übernührt. Der hat alle schon. Okay. Arena! Pipi-Arena! Wieso? Wieso? So. Zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack! Bauti! Tschüss, Bauti! Bauti! Tschüss, Bauti! Äh, jetzt kommen wir da nicht mehr weg. So. So, Schnubbel! Bauti! So, Bommelhof! Kuchenteig! Komm, komm, mach auf, mach auf! Sternschauer blockiert, du wirst mich verarscht! Das schaffst du Kuchenteig noch! Also, ich hoffe, dass es du noch schaffst! Jawohl! Zweites Bommelhof! Sehr gut! Aber Leute, die Arena war... Also, die Arena-Leiter machen wir erst im nächsten Park... Park... Ja, im nächsten Park, genau! Milder sich jetzt so ein Missgebot mit dem, ähm... Mild-Tank! Schauen wir, wie gut es sogar wird! Also, tschuuu!